Das ist doch nicht schlimm, Mensch. Ich bin sehr traurig. Wir müssen das doch alles ausprobieren. Hier ist keiner traurig. Wir sind alle glücklich. Warum schreist du so laut? Entschuldigung, bitte. Mein Ohr ist gerade explodiert. Entschuldigung. Ich bin wieder innocent. Was war das denn jetzt? Alter, ich dachte du bist gerade gestorben. Was ist denn da oben? Das ist der Slenderman. Ach, da oben ist der. Ja, weil der steht auch manchmal... Wer schießt da? Ja, ich schieß auf den Slenderman nach oben. Was jetzt? Geh bitte. Ich glaube das wäre nicht so toll. Steht er da einfach nur rum? Und macht nichts, oder was? Ja, der steht da einfach nur rum. Ich sag ja, lauf mal zwischen die Tanks. Dann? Dann werdet ihr sehen. Kommt einer mit zwischen die Tanks? Ich hab Angst alleine. Ich war da schon mal. Und wie war's? Hier, hier sind die Leute. Alle drei zusammen. Ja, gehen wir zu den Tanks. Ich geh jetzt mit Curry und Domi zu den Tanks. Die haben... Die mit den Schrotpenissen hier. Ey, ich hab keinen Schrotpenis. Doch, hast du. Nein, ich hab ne M16-Penis. So, und jetzt? Der ist viel länger. Hier nicht. Ja, wo denn? Ja, hier die fetten Tanks. Wo denn? Aber jetzt tut das gar nicht mehr weh. Hä? Der ist nur manchmal hier. Ich seh dich nicht. Ich seh gar keinen. Ihr habt euch verloren. Die sind immer noch zwischen den Tanks. Ja. Flo? Ja. Alle noch am Leben. Curry! Wo seid... bei den Tanks? Was denn Curry? Was Curry? Ich bin nicht bei dir gewesen. Jetzt bau hier keinen Scheiß. Jetzt mach mir nicht nach. Die ist nicht tot. Boah, die Pan ist es. Die Pan ist es. Wenn die Pan lebt, ist sie so krass. Wir müssen die Pan finden. Ja, ich hab sie nicht getötet. Das ist der Domi und der... Der Tommy. Ich weiß gar nicht, wo ihr überhaupt alle seid. Irgendwo ist sie hier. Pass auf. Boah! Was denn? Was denn? Was ist jetzt los? Ich war zu viele Tanks. Also ich war es nicht. Aber ich wollte... Wer war es denn? Wer war es denn? Wer war es denn dann? Aber diese Scheißbombe funktioniert einfach nicht. Ja doch, die funktioniert. Doch, die funktioniert. Das ist... Du warst nicht in der Nähe von uns, ne? I came here like a rainbow. Ja, ja, das ist... Ja, ja, das ist genau eine Selbstmordbombe. Genau. Wenn du die zündest und dann alle in der Nähe sind, dann sterben alle mit. Und du stehst dann auch. Aber dann hast du halt gewonnen. Ja, ja. Aber nur wenn alle sterben, weißt du? Ja, ich verstehe. Aber warum war... Was sollte das jetzt? Warum hast du mich jetzt... Warum... Warum sollte das... Warum hast du mich jetzt da... Ich wollte auch mal für allgemeine Verwirrung sorgen, aber... Ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr habt gesagt, ich bin's auf jeden Fall. Und dabei war ich innocent. Ihr seid so... Was denkt ihr von mir? Du hast dich selbst... Du hast dich selbst ins Traitor-Licht. Ey! Nein! Der Slender... Der Slender! Hilfe! Hilfe! Ah!! Oh Curry... Oh, please. Wer bist du? Okay, innocent. Ich bin hier mit Tommy. Tommy! 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 Der Slenderman hat mich fast getötet. Ich bin gezeichnet fürs Leben. Der Tommi wollte nur ein bisschen Unruhe sein. Der Slenderman verpasst uns immer solche Pimmel. Was? Also ich bin ja mit Tommi, das sieht normal aus. Flo, warum läufst du rückwärts? Weil der Tommi hier so nervös auf mich zukam. Ja, der ist echt nicht so nervös. Nein, ich habe nur ein bisschen Chaos gemacht eben mit der Smogranate. Das war alles noch Spaß. Echt? Hast du das, ja? Ja, das war alles noch Spaß. Jetzt ohne Scheiß, ja? Wie der manchmal redet, und dann soll ich schon sagen, na, das war alles nur Spaß. Und dann, das ist immer das... Alles nur Spaß. Ja, ja. Das ist verdächtig. Wo ist Pandoja? Wo ist ihn? Wo ist ihn? Das ist verdächtig. Oh nein, oh nein. Pandoja, ich bleib mal bei dir. Oh nein, ich bin hier gefangen, ey. So ein Scheiß. Wo denn? Wie du bist hier gefangen? Genau, hier unten. Ja, ich stecke jetzt zwischen Kist fest. Wo ist Pandoja? Hier. Ich habe mich auch noch gesehen. Ja, hier. Warte. Oh Mann. Hier kommt weg. Da hat jemand eine Waffe weggebrochen. Ja, das bin ich. Da oben, die paar. Da bin ich jetzt, die. Ja, okay, ich bin wieder weg. Flo. Ja, ich sag, das machst du denn mit dir schon. Ich habe Angst, ich habe Angst, der Flo. Nee, 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 wie hast du Tommi? Ich kratze nur da mit dem Rücken. Tommi? Tommi, geh weg. Ich kratze mir den Rücken und bin sehr, sehr glücklich dabei. Warum läufst du mir die ganze Zeit hinterher? Du machst mich nervös. Nee, ich gucke mir da mal. Ja gut, dann bleib ich halt hier in der Ecke stehen, ne? Ja, bleib ich da. Ja gut, dann bleibst du halt hier in der Ecke stehen, ne? Das klingt gar nicht so lange in der Ecke bei. Das stimmt allerdings. Dann ist es der Dommi, weil ich hätte die Pana auch schon weggeballert. Der Dommi ist mir das so leise. Tschüss Flo, tschüss. Nein, ich bin es aber wirklich nicht. Jetzt hau doch mal ab. Wo seid ihr denn? Außer du hast wieder. Ey, wir standen hier so lange in der Ecke, ne? Der Dommi hat noch keinen gesehen und alle leben noch. Also der Dommi ist es. Ja, toll. Deswegen bin ich es noch. Der Slender ist wieder da. Nein, nicht in den... Oh Gott, meinst du? Ich hab ihn abgeballert. Echt? Du kannst ihn wegschießen? Ja. Das kann ich nicht glauben. Nice. Flo, hau ab. Hau ab, ja? Ich hab auch nur noch 18. Ich sag dir, Flo, hau ab. Hau einfach ab. Der Dommi ist es so krass. Ich glaube, diesmal bist du es nicht, Kari. Wenn ich den Dommi sehe, tötest du ihn. Ey. Ich sag's nur schon mal. Das ist doch asozial. Dann bist du es. Ne. Ich will nur dich töten. Ich glaube, der Dommi ist es. Boah, ich hab so Angst. Ich war zwar gerade mit dem alleine, aber irgendwie glaube ich, der Dommi ist es. Warum? Dann könnte es auch die Pandoria sein. Hast du denn dafür einen Grund? Nein, ich weiß nicht. Weil der Dommi zu viel redet schon wieder. Ich hätte dich schon längst erschießen können. Wo ist Pandoria? Ja, ich weiß nicht. Was bist du? Ich bin im Klo. Jetzt wird das im Proven hier, der Dommi. Ja. Da oben ist es genau. Und jetzt gleich tötet er mich einfach eiskalt hier. Ich bin auf dem Klo. Hilfe, oh. Da wurde geschossen. Da wurde geschossen. Ey, deine Sonnenbrille ist, wenn ich, wenn ich das Licht aus habe, ist die Sonnenbrille da. Wenn ich das Licht an habe, hast du eine durchsichtige Sonnenbrille. Oh. Hier schießt Pandoria rum. Pandoria. Was soll das? Was soll das? Die Pan ist es doch. Pandoria, warum schießt du hier rum? Pan ist es. Wo ist die Pan? Pandoria. Ich hätte sie eben doch schon umlegen sollen. Warum, warum glaubst du, dass sie es ist? Warum glaubst du das, Tommy? Der Curry ist auch nicht. Tommy, hör auf. Du hast doch gesagt, sie hat geschossen. Ja, hat sie ja auch. Ja, also. Ja, der Curry hat gesagt. Dann ist sie einfach weggerannt. Wo ist sie? Ja, weiß ich doch nicht. Pan. Okay. Wenn sie tut, was wer sie tut, oder der Curry ist ein richtig... Ja, Leute, bevor ihr mich jetzt beschuldigt, müsst ihr erstmal die irre Leiche finden, Leute. Sonst könnt ihr mir gar nichts. Ja, und der geht jetzt da natürlich... Das ist aber auch Curry sein. Was ist eigentlich mit dem Flo? Das ist eigentlich auch vergustig, dass du das nicht sagst. Ja, ist doch so. Ihr braucht doch einen Überweis, oder nicht? Weil du die Leiche auch noch versteckt hast, wahrscheinlich, mit deinem Magnetostik. Ja, du bleib mal hier, bleib mal hier. Einmal hier stehen, Currywurst. Ja, und dann? Wollte mich jetzt einfach abschießen, oder was? Ja, wir reden jetzt darüber aus. Du bleibst jetzt hier am Curry, und ich gucke jetzt mal ein bisschen. Ja, gut, dann mach das halt so. Gut, wenn du meinst. Und leg deine Waffe weg. Okay. Na, Tom, ja, alles gut? Ja. Schön, ne? Ja, alles super. So, ich kann auch das Licht ausmachen, wenn ich das ein bisschen blendet hier, ich weiß nicht. Wow. Tommi? Okay, okay, Curry. Wie der weggeflogen ist. Curry. Wo bist du, hä? Wo bist du, kleine Ratte? Ich weiß nicht, wo der Tommi mich hinverschleppt hat. Wo bist du, kleine Ratte, hä? Wo bist du? Komm sofort, Herr. Komm sofort, Herr. Ey, der Tommi ist so weggeflogen, das sah so geil aus, ne? Hier, pass mal auf. Ich hoffe mir jetzt das. Ach, ja. Also, ich will ja keinen Stress oder so, ne? Aber, Curry, wo bist du? Das sah schon echt lustig aus. Ja, sieht gleich ja lustig aus, wenn ich dich erwische. Wie kann er lügen, Woltu? Wie er sich direkt gar nicht mehr eingekriegt hat, direkt so lachen musste. Ja, weißt du, wie das ausgesehen hat, Alter? Hättest du das gesehen, du hättest nicht Schrott gelacht. Du hättest nicht eiskalt Schrott gelacht. Wie er floh hier echt auch noch nur so an den... Da bist du doch, du Sau. Was, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, wer hat denn da keine Muni mehr? Wo bist du? Alter, ich hab nur noch ein Leben. Ein Health. Ein Health. Wo bist du, ey? Wo bist du denn? Komm jetzt her. Wo bist du denn? Curry. 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 Ich hab keine Zeit mehr. Scheiße. Curry, du dreckiger, ey. Ey, so... Dreckiger Lügner. Was war das denn für eine Bombe, ey? Wie du weggeflogen bist, ey. Ich hab mich so gefreut. Was war das denn? Ich hab dir so krass nie wieder, Curry. In der Sekunde, in der Sekunde, wo ich gesagt hab, Curry, diesmal glaub ich wirklich, du bist's nicht, hat er mich umgebracht. In der Sekunde. Ich hab's gerade ausgebrochen und lag tot auf dem Boden. Boah, der ist so drittlich einfach. Boah, Curry. Meine Meinung zu dir hat sich so krass geändert seit dem Espray. Boah, was? Curry ist echt richtig mies. Ja. Ich muss mal mit deinen Eltern reden. Ja, du wolltest mich ja unbedingt bewachen. Und mit deinen Hamstern. Was für Hamster? Ich hab Meerschweinchen. Lügst du dir auch immer an? Ja. Oh, Mann. Erzähl denen immer, dass sie Meerschweinchen sind. Ich sag immer, die bekommen Gurke, aber die bekommen nur Salat. Boah, du bist so ein Arsch. Ja. Nein, aber wenn der Curry da seine Show abzieht und du darfst nichts sagen, das ist so eine Qual einfach. Du darfst nicht mehr laut lachen. Ja, Mann, man will einfach nur losreiten am Anfang. Ja. Ja, ich mein, du hast's halt saugut gemacht, muss man ja sagen. Der Tommy sagt irgendwie... Boah, aber man fällt auch immer drauf rein beim Curry, ey. Ja, leider. Leider. Welche haben wir jetzt? Tapu. Juhu! Tapu, ja. Boah, krass, ich dick bin. Ich bin schon fast schon wieder zwei Stunden, ey. Ja. Hast du da was Besseres zu tun, oder was? Nee. Ich muss die ganze Zeit pinkeln und wimmeln die ganze Zeit hier hin und her, so. Ja, wir können ja gleich sogar eine Pinkelpause machen, nach der Runde hier, wenn ich euch nochmal erledigt habe. Spielen wir dann aber TTT nochmal weiter? Das weiß ich nicht. Oh. Ich weiß nicht. Ich würd, ich mag TTT. Boah, ich kann das hier die ganze Zeit spielen, ne? Ich krieg da nie genug von, ohne Scheiß. Ich mag dieses Spiel so übertrieben. Ja, das ist so. Warum sind hier keine Waffen? Macht halt auch einfach mega Bock. Ihr könnt ja auch irgendwann mal, wenn ihr Lust habt, dieses Prop. Ich hab mich besorbert. Ja, Prop Hunt. Ist auch nice. Schau dir, dieses Prop Hunt ausprobieren. Oh Gott. Dieses Prop. Ich bin da ein bisschen müde, ich hab mir leid. Ja, aber ich werd gleich wieder wach. Also, es dauert bei mir immer ein bisschen. Ey, da hat jemand kein Ticket. Tommi hat kein Ticket. Aus dem Weg. Ey, ich hab kein Ticket. Warum komm ich denn hier nicht raus ohne Ticket? Ja, das ist halt so. Boah, was ist denn hier los? Da hat einer eine Granate rein geworfen. Da hat er eine Granate rein geworfen. Wow. Alter, wie? Du hast aufgeräumt. Aus dem Weg. Ey. Achso. Hä? Achso, ich wollt schon sagen. Okay, ich bin innocent. 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 Krieg ich dich hier auf? Ich bin innocent. Häng hier fest. Hallo Curry. Kann ich mal jemand bitte aufmachen? Na schau bitte. Pan hat kein Ticket. Ich will, ich hab ein Ticket. Hier ist mein Ticket. Pan hat auch kein Ticket. Dommi, wenn du mich erschießt, ich sag das allen. Ja. Hier, auf dich. Mach ich deswegen auch weiter nicht. Boah. Das passiert, wenn man kein Ticket hat. Ich will. Schwarzfahren. Schwarzfahren. Guck mal, Tommy. Da bist du freustig. Party. Ich geh schwarzfahren. Das ist die... It's Tommy time. Ja. It's Tommy time. Tommy time. Ah, cool. Oh yeah. Alles klar. Die Pandoria will den Zug klauen hier. Also, ich warte mal hier. Ich muss gerade ein bisschen an Cry of 4 denken. Das stimmt. Übrigens, wird es einer von euch mal auf dem Kanal spielen. Das wäre doch auch mal cool. Guck mal, da ist Jason. Weißt du? Hä? So, Japan. Mach keinen Fall. Curry? Hast du mal in Cry of 4 in Space geguckt? Ja. Echt jetzt? Nein. Ja. Ja, du warst in Jason verliebt. Ich hab's genau gesehen. Nein, ich meine, hast du die komplett geguckt? Nein, nicht alle. Was machst du da? Nicht alle, weil irgendwann, irgendwann war mir dieses Spiel echt... Willst du es mal selber probieren irgendwann? Nein. Warum nicht? Oh yeah. Weil ich Angst habe. Nicht. Scheiße. Was ist das? Da los. Wie kann das sein? Wie kann man Kopfschutz überleben? Mann. Mit was hast du einen Kopfschutz gegeben? Ich bin nicht echt... Ja, mit so einer Dingens da. MG 850. Ja, nee, nee. Immer mit der Schrotfinde auf dem Kopf. Oh, jetzt weiß ich, dass ich jetzt schon wieder in den Kommentaren schiefe. Ach, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken. Wir spielen hier einfach. Ja, das ist... Es gibt ja teilweise keine bösen Kommentare. Die anderen sind immer... Ja, Tipps sind immer super. Tipps sind immer super. Aber solange sie... Für mich ist es nicht vorwiegend ein Shooter. Für mich ist es hier halt eher so ein... Ja, klar. Erst einmal geht es mir hier ums Lügen und sowas. Den Rest, den lerne ich doch noch mal. Ja, da geht es ja auch drum. Es geht ja nicht darum, hier Leute zu töten. Also, wenn du Traitor bist, schon. Aber... Ja. Es kommt ja darauf an, wie man sie killt, ne? Es ist halt echt... Das ist das Ding. Das ist... Oh. Das is it. So, mal schauen, wer diesmal Traitor will. Tommy ist Traitor. Ne, es geht ja jetzt erst los. Ich weiß. Ich konnte nicht mal in den Traitor-Shop gerade. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Traitor, Traitor, Traitor. Ey, was machst du da, Tommy? Ich bleib hinter dir. Jetzt hau doch mal ab. Ich bin dein Schatten. Tommy, willst du wieder, dass ich dich wegballer, ja? Ja, weil du der Traitor bist. Echt? Soll ich dich wegballern, ja? Tommy, 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 Tommy. Ey, ey, aah. Tommy? Okay, Pan. Tommy? Pan, alles gut. Ich bin's nicht. Ich ziehe da auf deinen... Ich ziehe da hier hin. Da. Ich hab's genau gesehen. Du willst nicht, dass du dir da hin schießt. Tschüss. Tschüss, Tommy, tschüss. Okay, ich bleib bei dir an. Das war's mit dir. Guck mal, die sind hier draußen am rumlaufen. Das war's mit dir, Tommy. Boah, wer will denn da mit der Pistole? Wer kommt denn hier im Gangster-Style an? Das war's, sowas von. Halt die mal schräg, bitte. Geht leider nicht. Leute, Leute, haut ab. Lass mich durch. Pan, mach mal auf hier. Mach du da auf. Ich will den Flur erschießen. Guck mal, man kann hier gar nicht raus. Boah, wer läuft da hoch, Tommy? Ich kann hier gar nicht raus. Tommy, du bist da. Wie ne andere Waffe. Rumlaufen. Was sind du hier hinter der Leppe? Ey, Tommy. Wer war das denn hier? Wer war das? Guck mal, hier fahren Züge lang. Ne, fahren hier Züge? Flo? Ja. Flo? Alter. Flo? Flo? Ja, was machst du hier? Flo, was machst du da? Was machst du hier? Alter. Was hast du hier für ne Granatensammlung? Boah, der Dong ist schon. Alter. Ja, ich hab hier Granaten. Du wärst fast hier überfahren worden. Ja, so krass, ey. Es war so knapp, ey. Ey, wie der Curry? Pan, ich sag's dir, wenn du das wieder abhießt diesmal, rast dich ab. Nein, pass doch auf. Das kann nicht sein. Was denn? Sei nicht wie der Traitor und hole mich jetzt hier in der Ecke weg. Immer wenn ich dir oder dem Curry vertraue, seid ihr Traitor. Ich müsste danach gehen. Ich schieße euch allen die Hoden weg. Immer wenn du uns vertraust, ja? Dann sind wir Traitor. Ja. Danach gehst du jetzt. Ja. Immer wenn ich mit allen von euch irgendwo alleine bin, sind die wenige Traitor. Alter, was ist das denn hier? Voll die Mülldeponie. Der Dummy wechselt hier seine Waffen. War das jetzt weiß genug? Guck mal, Tommy. Nein, Curry, nein. Guck mal, nein, ohne Scheiße. Wenn du mich killst, dann kriegst du 10, wenn ich dich kill, dann kriegst du 10 Euro beim nächsten Mal, wenn ich dich sehe. Krass. Was ist das denn? Das ist voll die Müllhalle. Ja, ein eingestürzter Raum, aber die Decke ist intakt, ganz komisch. Ja, das ist sehr am besten. Die Wände sind nach innen eingestürzt. Ach, hier ist der Pisspond. Pan. Ja. Ach, ja stimmt, der Pisspond. Flo. Flo. Ja. Ich dachte schon. Na, bist du hier auf dem Plot? Pass auf, da kommt ein Zug. Echt? Aufpassen. Ich will gucken. Ja, da kommen wir. Vielleicht solltest du auch mal ein Abseilen. Ich weiß nicht. Pass auf, pass auf. Hilfe. Curry? Ja, okay, komm. Stell mal. So. Fühlen nicht vergessen. Jetzt noch Hände waschen. Ey, warum geht denn die Tür nur noch nach innen auf? Ey, bei mir auch. Das ist ja voll der Bug. Ich komm nicht mehr raus. Ach du Scheiße, ich komm nicht mehr raus. Wir kommen hier nie wieder raus, Dong. Wann? Ey, ich kann doch nicht verschießen. Okay, die Tür geht nur nach innen auf. Nein. Kann mir irgendwer ins Lohkopf und uns das rausholen, bitte? Curry? Hahn? Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott. Du bist tot? Ja, ach, dann gleich. Boah, nee. Ich hab's überlebt. Hä? Warum hättest du denn tot sein sollen? Ich hab eine Granate vorgeworfen, um zu gucken, um hier rauszukommen. Aber die Tür... Was ist das denn für ein bescheuert, der Bug? Ey, das ist doch... Das kann nicht wahr sein. Ey, irgendwer muss das aus dem Klo rausholen. Ja, wir sind... Wo seid ihr denn? Vielleicht rollt einfach eine Granate unten durchs Klo, ey. Was für ein Klo seid ihr denn? Was für ein Klo denn? Ich weiß es nicht. Auf dem Männerklo. Ey, Domi, verratst du uns nicht noch. Die töten uns. Ja, ey. Wenn mich hier abgeknallt wäre, schieße ich durch die Tür einfach durch. Das nützt nichts, weil unten oder oben drüber eine Granate gleich reinkommt. Kommt nichts rein, Leute. Oh Gott, wir sind so tot, Domi. Wo kommt's denn? Da ist jemand, Domi. Warst du das? Ich hab ne Waffe fallen lassen. Okay. Dann wieder aufgehoben. Alles gut. Kann ich ein bisschen auf die Tür? Flo! Alter, Flo, was machst du? Du bist sowas von Traitor, Alter. Flo, dann hol uns auf dem Klo ab. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid, Jungs. Lebst du noch? Nein, Mann, der Curry lebt auf jeden Fall noch. Ja, der Curry lebt auf jeden Fall auch noch. Glaub ich auch. Das ist aufs Männerklo. Hat blaue Türen und so ein riesengroßes Quar und am Eingang rechts ganz viele Waschbecken. Was war denn davor für ein Raum, Tommy? Ich hab keine Ahnung mehr, Alter. Weiß es auch nicht mehr. Der Curry ist jetzt gleich irgendein Jagd, ich hier gerade. Wenn ich los jetzt noch nicht rauskomme, ey, das ist doch abgefuckt. Mann, ich will jetzt den Curry killen und es geht nicht. Man kann diese Tür einfach nicht aufmachen. Nein. Mann, ey. Fuck, Leute, ey. Warum sind wir nur aufs Klo gegangen, Tommy? Warum haben wir nur einen abgegeilt? Das war der Schuss. Ja, oh Mann, das ist echt. Das mache ich nie wieder. Kann man halt nicht machen mit einem Let's Play. Einfach mal so kurz austreten. Das geht nicht. Das hat der Curry gekauft im Trader Shop, dass die Türen nur nach innen aufgehen. Klofalle. Ja, das ist die Klofalle. Ey, Curry. Okay. Nein, bitte. Oh Gott. So, Domi, ja, ich würde sagen, wir können... Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Klo-Roulette. Oh Gott, ey, jetzt sind wir so tot. Beim Klo-Roulette, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Tommy ist dabei. Oh nein, oh nein, oh nein. Meine Damen und Herren, Domi ist dabei. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Kommt sie oben oder kommt sie unten? Ich weiß es nicht. Ich gucke immer hin und her. Ich auch nicht. Ich auch. Ich bin so nervös. Ich habe einen epilepsischen... Oh, hier kam, glaube ich, was? Nee. Ich zucke so krass. Der ist doch gar nicht hier, oder? Der trefft hier. Doch. Der ist hier. Jetzt. Jetzt auch. Oh. Scheiße. Jawoll. Der hat sich selber gespürt. Scheiße. Kacke, ey. Oh, die beiden. So, wie so zwei Toten in der Schule gucken. Ich musste so lachen. Der hängt im Klo fest. Scheiße. Ey, die haben jetzt auch im Abseilen einfach eingesperrt wurden. Und der Curry bricht da irgendwelche Sachen am Klo an. Und die Anmoderation fürs Doho-Roulette war auch geil. Oh Gott. Oh Mann. Das hat mich so fertig gemacht jetzt echt. Boah, ihr seid so geil. Echt. Domi und Tobi. Das war das Geilste überhaupt. Boah. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. Echt. Ah, Domi. Was dreckiges, ey. Heiliger. Warum seid ihr dann nicht mehr rausgekommen? Weil die Tür nur nach innen aufging. Ich konnte sie doch auch aufmachen. Ja, aber von innen konntest du sie nur nach innen aufmachen. Innocent. Aber ich bin mit dem Domi hier wieder unterwegs. Wer ist hier auf Toilette? Hier ist doch gerade jemand auf Toilette gegangen. Ich weiß nicht. Du warst eben schon innozent. Ich vertraue dir nicht. Ja, doch. Du bist aber... Du hättest mich auch schon längst erschossen. Ich bin wirklich auch innozent. Hier war doch gerade jemand auf Toilette. Wer war hier aufs Klo mit mir? Leute. Ich bin safe. Geh mal ins Klo, Kari. Ist doch Kari. Kari, Kari. Der kann es nicht nochmal sein. Du warst gerade auf Toilette, ne? Ja. Sollen wir uns auch mal auf dem Klo einsperren? Ja, sperrt euch alle auf dem Klo ein. Kari, mit dir will ich nicht aufs Klo, ey. Okay. Okay. Hä? Nein. So meine ich das gar nicht. Warte. Nee. Was denn? Geh rein. Nee, jetzt spürst du mich hier nicht ein. Geh rein. Nee. Geh rein. Jetzt geh rein. Geh rein. Geh rein. Immer noch mit dem Dormi unterwegs hier. Curry? Feige. Was? Okay. Curry? Ja. Pan? Pan. Okay. Flo? Curry. Der Flo sagt schon die ganze Zeit nichts. Der ist noch nicht gestorben. Der Flo kann es auch gut sein. Curry ist es nicht. Der Curry ist es. Der Curry ist es. Der Curry ist es. Okay. Gestorben, Tommy. Tommy, wo bist du? Ach nee, sagst du auch nicht. Tommy? Verdammt, ich brauche eine andere Waffe, ey. Nein, 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 nein. Fuck. Hätte ich nicht gedacht, dass du das nochmal bist. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Scheiße. Scheiße. Ich dachte echt, ich kann den Curry blind vertrauen. Ich hätte nicht gedacht, dass du das war. Ja, das ist manchmal mies. Zum zweiten Mal. Krass. Ich wollte mich gerade als Pass verkleiden, ey. Scheiße. Aber es ging, ich habe zu lange gebraucht. Das ist... Gott sei Dank habe ich auf die Waffe gebraucht. Ich wollte euch alle in einem Klo aufhängen. Wie so Trophäen. Oh Mann. Überhaupt nicht krank oder so. Wir haben doch zwei Heißbier schon gesammelt. Das Spiel macht ganz komische Sachen mit dir. Der Domi sich nochmal kurz vorm Zug hat... Boah, ich... Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Boah, Curry, ich trau dir einfach jetzt null über den Weg. Ich hoffe, du weißt das. Null. Weg von meinen Granaten. Wer ist da zu meinen Granaten gegangen? Ich bin jetzt nicht mehr Trader. Das war's jetzt. Ich bin mir gerade nicht mehr Trader gegangen. Ich bin mir gerade nicht mehr Trader gegangen. Ich kann jetzt gar nicht mehr Trader sein. Du bist ja mal hier... Du bist ja mal hier Trader und wirfst mit Granaten um dich. Nee, du bist gar nicht möglich. Du kannst hier stehen bleiben und kannst einfach jedes Mal direkt wieder eine werfen und nimmst automatisch wieder eine auf. Weil hier ja alles voll liegt.